Hallo liebe Freunde, wir sind hier vom allerersten deutschen Cosplay-Laden, dem japanischen Trend, Kostümspiel, in leicht eingeschränkter Formation. Unser lieber Freund Max muss aufgrund einer Verletzung heute leider das Bett hüten. Und wir gehen jetzt rein und schauen uns mal an, was Cosplay, wie uns das das Leben bunter gestalten kann. Richtig, und den Laden gibt es erst seit drei Jahren und es ist der einzige hier in ganz Deutschland, das muss man erwähnen. Und wir werden jetzt diesen Laden mal uns näher anschauen. Und wir haben den Unfall von Max auf Video. Vielleicht ist ihr den zu sehen. Das wollen die Leute, da habt ihr eine Ahnung. Seid ihr die Ahnung, wenn ich höre, wenn ich jetzt. Das ist mein Leben, und ich mache was ich will. Das ist mein Leben, und ich mache was ich will. Ja, 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 ja. Guck mal, das ist auch süß, ne? Na ja, ich mag diesen Matrosen, nicht unbedingt das Kostüm, aber der Matrosen finde ich schon ziemlich geil. Und man verkleidet sich und spielt man dann damit? Unterschiedlich, also muss man nicht, aber meistens machen Fotos. Die machen Theaterstücke quasi. Ja, so japanische. Wow, die schönen haben sie natürlich. Die Frauen finden ja gar nicht gut, oder fast nicht. Selten. Weil ich bin auch recht überrascht hier, dass im Cosplayladen in Frankfurt auf der Berliner Straße, dass die Sachen hier auch durchaus erschwinglich sind. Wenn ich mir nämlich überlege, dass wenn man auf so einem League of Legends Event ist, bezahlst du für so eine Mütze mal direkt 30, 40 Euro. Und hier gibt's die für 12. Ja, das ist immer schwierig mit den Sachen. Wir haben Sachen, die sind aufwendiger, teurer. Wir hatten einiges an Videospielkostümen auch, von Final Fantasy und so. Aber das ist halt mega aufwendig, dementsprechend mega teuer. Und die Zielgruppe, denen ist es dann zu teuer. Ja gut, okay, kann ich verstehen. Wobei es dann aber auch wieder die gibt, die es selber machen und 500 Euro in so ein Kostüm stecken. Ja, glaube ich. Aber da sieht man, wie aufwendig das ist. Aber die kommen ja dann im Zweifelsfall auch hierher und kaufen sich die... Verrutschen. Genau, also die Einzelteile im Prinzip. Und setzen sich das so zusammen, wie sie dann das schön finden. Das sind die Made-Outfits. Ja. Es gibt ja in Japan auch die Made-Cafés. Ja. Wo sie das dann tragen und lustige Tänzchen auffüllen. Ach so, das sind so Sachen, die sie im Laden tragen, also auf der Arbeit. Genau. Es gibt speziell diese Made-Cafés. Das ist ja auch so süß. Also das hier sind einmal alles die Made-Made. Das ist von dem Anime, Kill la Kill. Das ist von Vampire Night, das ist auch ein Anime. Ja, okay. Das ist alles eine... Das ist auch süß. Das ist für dein Made-Outfit? Ja. Du bist so süß, Stef. Dankeschön. Was ist denn das für ein Süß? Das ist deine Nase. Ach so. Das ist ja sehr, sehr letztlich. Ja, tatsächlich. Das ist meine Nase. Das ist voll. Ich bin Gumanda. Die kleinen Viecher, die sagen ja, haben immer Gumanda. Oh, bist du süß. Aber es ist auch wirklich die, es ist so die kleine, harmlose, süße Version. Ich wusste Gott, dass es gefällt dir. Ja. Ja, mir auch irgendwie. Das ist auch so. Und er ist like, oh. Du kannst auch keiner mehr schön anziehen. Könnte ich. Macht schön. Ist schön. Ist schön. Also ich zieh das immer an. Allgemein. Also es ist so, so ein cooles Gefühl. Und man ist voll flauschig und jeder will einen am Abend. Dann. Halt das mal vorne an der Stirn fest. Hast du es? Ja, hab ich. Das ist wie ein Räumchen. Also normalerweise, wenn du jetzt Perücke aufsetzen würdest, würde ich dir empfehlen, den Haaransatz irgendwie mit Haargel oder Haarspray so ein bisschen wegzupappen. Weil die kurzen Haare, die krieg ich jetzt natürlich nicht versteckt. Niggas with attitude. Fuck the police, you fuck the police. Auch mal vorne festhalten bitte. Auch mal vorne festhalten. Das ist meine Wunschperücke gewesen, weil ich die farblich so schön finde. Was heißt denn dieser? Kommt böse gut an. Also wer trägt jetzt so eine Perücke? Also ich meine, um welcher Figur bin ich zuordnen? Also das ist eine Perücke von unserer Hausmarke. Die wird nur für uns produziert. Da haben wir 38 verschiedene Farben und fünf verschiedene Schnitte. Und die nehmen die Leute, um sich Perücken zu stylen. Und wenn es halt für den passenden Charakter keine fertige Perücke gibt, dann nehmen die sich die. Und da kannst du Locken reinmachen. Du kannst machen, was du willst. Die ist natürlich auch schön. So, also die sind jetzt nicht festgeklebt und angeschwingt. Aber das ist doch mal... Das macht ja nichts. Also im Prinzip geht es darum, dass ich eine stylische lilafarbene Tucke bin, die Elfenohren trägt. Diese Perücke an. Aber gibt es auch Leute, die das so, sag ich mal, normal anziehen? Ja. Gibt es auch. Also es gibt auch durchaus Leute, die so in die Schule gehen. In Japan. In Japan ist glaube ich sowieso dieses Hausmädchen... Dieser Hausmädchen-Style ist ein bisschen in, ne? Ja, der ist sehr, sehr beliebt. Deswegen gibt es ja auch diese Cafés direkt, wo man dann zu den Mates bespaßt wird den ganzen Tag. Gibt es da auch sowas mit Jungs? Ja, das nennt sich dann Host Club. Okay. Das sind dann alles hübsche Jungs im Anzug, die dann halt auch... Ja, die werden dafür bezahlt mit den Kundinnen zu flirten und da gut auszusehen während sie das Essen servieren. Die gleiche in grün bei den Mädels. Das ist schön. Immerhin. Wollen wir festhalten? Ja. Die nehm ich mal ein Lützchen, wenn ich nicht an der Klammer hinkomme. Nein. Mit Pommies auch gut. Ich hab jetzt den Rock, das war unten L, ne? Ja. Wir sind... Wir sind jetzt... Komm, das machen wir vor den Farben, oder? Ihr habt halt nicht so den Flauschefaschel jetzt, ne? Ja, du bist der Flauschefaschel, ja. Also, Freunde, wir haben hier die Kombination aus... Vielleicht erzählt mal jeder selbst. Also, ich persönlich halte mich für ein bisschen einen halb schwulen Elben mit lila Haaren, aber fühle mich sehr wohl in meiner Haut. Jetzt vielleicht mal, India, zu deinem Anzug. Also, das ist kein Anzug, das ist ein Kleid. Ich glaube, ich bin so eine Housemaid, stelle ich da, und fühlt sich eigentlich ganz cool an. Also, ich hab selten so eine House angezogen, und ich liebe ja Perücken. Ich stehe voll auf Perücken, und ähm... Ich stehe auf Hausmädchen. Und das ist echt so schön. Ich bin das gewohnt, so mit Hausmädchen umzugehen. Ach echt? Komm, bück dich mal von der Seite. Das weiß ich nicht. Wir haben doch... Wir haben doch in der ersten Sandung festgelegt, wie die Rollen verteilt sind, oder? Du sollst dich nur kurz bücken. Nein, ich bück mich nicht. Du kannst dich nicht bücken. Okay. Und da haben wir noch eine Ente mitgebracht, im Sortiment. Eine Ente? Jetzt erklär mal. Ich bin ein Drache. Ich bin Glumanda. Ich bin ein Pokémon. Ja, da ist doch so ein Schnabel drauf. Das ist doch keine Ente, das ist ein Drache. Eine kleine Drache. Aber das ist süß auch, ne? Erklär doch mal. Hier, komm. Ich hab sogar eine Flamme am Schwanz, die darf nicht ausgehen, sonst geh ich drauf. Das ist toll, da mach ich voll auf Gangster. Alles für den Rüstungsbau. Ja, Hammer, ne? Alles für den Rüstungsbau. Alles für den Rüstungsbau. Hier, das ist auf den Punkt gebracht. Alles für den Rüstungsbau. Eine schöne paramilitärische Nummer hier. Pikachu! Man, gib dir das mal. Pika, Pika, Pikachu! Boah! Du Mann, da gefällt es dir gar nicht. Das ist gar nicht gut. Okay, wir können. Pass auf. Ich krieg alles umsonst. Ich will Pommes! Pommes! Pommes!